Reaktionen zum Ad-Finals-Sieg Alexander Zwölf wäre noch nicht bereit für große Titel, so die Meinung vieler Experten, aber nur bis zu den Ad-Finals. Dort besiegte er im Final Novak Djokovic mit 6.4, 6.3. Für Alexander Zwölf ging in London ein Traum in Erfüllung. Der 21-Jährige gewann die Ad-Finals und wurde anschließend von großen Namen aus Sport und Politik gelobt. Deutschlands Tennis-Idol Boris Becker war nach dem Titel von Alexander Zwölf beim Ad-Saison-Finale in London tief beeindruckt, nicht nur von den Fähigkeiten seines Nachfolgers auf dem Platz. Ein Deutscher mit Humor, der reden und über sich selbst lachen kann, ein Star ist angekommen, sagte der dreimalige Wimbledon-Sieger, auch mit Blick auf die launige Rede seines Landsmannes während der Siegererrung in der O2-Arena. Auf diesen Moment hat die ganze Tennis-Welt gewartet, sagte Becker bei der BBC. Ja, jahrelang haben wir gesagt, das Tennis braucht neue Gesichter und starken neue Spieler. Er hat bewiesen, dass er der Beste der neuen Generation ist. Becker und Zwölf kennen sich bereits seit einiger Zeit. Die deutsche Tennis-Legende wäre im August fast Zwölfs Trainer geworden. Schlussendlich entschied sich der 21-Jährige für Ivan Lentl, unter dessen Führung er nun den größten Titel seiner Karriere einfuhr. Dafür gab es auch aus dem Kanzleramt großes Lob. Kennen sich gut, Boris Becker, L. und Alexander Zwölf. Quelle, Hasenkopf-Demago Glückwünsche gab es auch von Anneli Keckerbe. Die Wimbledon-Siegerin schrieb bei Instagram, was für ein Titel. Was für ein Moment. Ich bin so stolz auf dich, Junge. Auch Andrea Pertkowik grüßte den Hamburger. Ich sende virtuelle Umarmungen der Gratulation an diesen Alten, scherzte sie via Instagram. Nicht nur aus der Tennisszene erhielt Zwölf nach dem überraschenden Sieg zahllose Gratulationen. Unter anderem sendeten Steffen Seibert, Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, und das für den Sport verantwortliche Bundesinnenministerium Glückwünsche an den Wahlhamburger. Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zwölf zum Sieg im Abfinale, nach Siegen über Feder und Jokovic und als erster Deutscher seit 23 Jahren, twitterte Seibert. Beim Kurznachrichtendienst verneigten sich auch die entthronten deutschen Fußball-Weltmeister über ihren offiziellen Kanal die Mannschaft mit drei Klatsch-Emojis vor Zwölf. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wir sehen uns beim nächsten Mal.